hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge dv ist letztes mal haben wir eine entscheidung getroffen was wir mit team hier machen bei marcelo es war auch extrem 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 cool und ja allerdings deutlich ganz wichtig wir hören nicht mit dem projekt auf weil jetzt haben wir freie bahn und können uns auf andere sachen konzentrieren also auf deutsch heißt dass wir wollen ja das bild von team hier haben wir nicht mehr auf das spielzeug ist jetzt weg ja meins ist jetzt auch weg wenn er sagt team die leiche von dem du hast mein spielzeug ist immer zurück ja das habe ich die leiche von team hier gegeben das hat er immer noch in der hand du hast es dem spiel zurückgegeben ja ja das ist doch witzig ja also der scheißspieler welcher mein spiel zurückgepackt dafür hast du keine beweise ich habe keinen schaden bekommen warum redest du heute zu leisten ja jetzt redet er wieder leister was soll das das ist schon ganz laut ja so besser ja gut so und jetzt können wir wieder bis lustiger sein und so wie die letzten folgen wo ich immer ein herzinfarkt bekommen habe ich das habe ich für den boss ausgegeben habe ich alles mein körper angezogen der ist doch so weiß was mich interessieren würde wenn du auf b gehst und dann siehst du ja die grundlagen des überlebens dann siehst du ja warte mal hä wo ist das irgendwo siehst du dass du auch jetzt verstehst du das und ss ding machen kannst ja ich würde dass sie was dann passiert ich glaube ich glaube ich glaube ich auch du mal merken irgendwie tut mir das mädel auch leid aber ich meine da wollte uns das ruhen opfern wetten es ist schon jahrhunderten lang gegangen so hast du eine frau guck mal ich muss dir was sagen stell dir mal vor stell dir mal vor wenn es ist alles nur fantastisch und träumend aus wir sind die wicke in der psychiatrie oder ähm einfach die gedanken hier oder wo äh versteht was ich mein ja schon ja das stimmt so und zwar leute warum wir den boss auch jetzt schon gemacht haben jetzt kann es ja verraten ist weil man sich ein artefakt holen kann durch die goldene karte und wenn man das auf rot stellt sieht man die gegner magisch an wenn es auf grün stellt dann treibt man sie weg und das ding wollte ich unbedingt so schnell wie möglich haben war nicht blau und was drin jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher auf jeden fall weiß ich gar nicht mehr genau wo die höhle dafür ist und das ist das so gut leben jetzt äh ich weiß auch ich weiß wo ähm dass erst das wo hin müssen zu dem artefakt zu kriegen ja dann folge ich dir ich hoffe ich habe einen erfolg bekommen sollen warum für was ich habe mir diese tangos zu gebaut wir haben jetzt einfach mecken und timmy sterben lassen ähm ich wollte gerade noch sagen gibt es eigentlich noch so können die bahn und so aber ich habe ja gehört und so ja natürlich gibt es die fischer noch ja da rein kredigen wollen auch nicht wo aber ja ja gut weißt du was wir hätten machen können wir hätten zwei verschiedene spielstände machen können und hätten dadurch dann auch noch das andere zeigen können machen können ja ja dann hätten wir auch die eine errungenschaft gehabt aber naja ja ja na 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 ich will den töten ich will den hauter ich will den hauter ich will den hauter du stirbst du da nicht hilf mir hallo ich schau dir zu wo ist er richtig ja egal ich folge dir einfach der der boskampf aber schon cool aber es war so abnormal klar ist dir aufgefallen wir haben zwei karten wir haben zwei karten ja das stimmt und man kann noch das kann ich den neunten auch noch warten wer sieht ja das hier die zwei kreuzern das sind auch ja so geheime teile da gibt es noch ein notizding da kann man kleider bauen soweit ich weiß und da müssen wir auch mal gucken über den her bekommen würde das alles haben kümmern uns um die base ich kann mein feuerzeug nicht mehr weg machen hallo da packt das feuerzeug nicht ein ich drück doch l ich habe es gedrückt ob es lustig wäre jetzt gibt es nicht was macht aber wo man sieht welche tasten man drückt ja das wäre irgendwie bei uns lustig ich so 1000 und du immer nur eine oder wie erst das zeit wo ich bei dir war in deutschland haben wir über haben eine video-idee gehabt das können wir jetzt umsetzen ja ja war das nicht dass das dass du alle sachen steuerst du nicht nein weil ich die idee war es eigentlich was ich mein was und wo was manche machen ist das ähm wo man so sagen wir wie es anschaut so irgendwie zweitdeutige oder so wo man dann so ach so wo man dann wo man sieht wo man hinschaut ach so ja es wäre sauwitz wie es machen könnte da was wollte ich noch sagen irgendwas wenn man wenn man es sehen würde wie oft was für tasten ich drücke es wäre zwar cool das wollen wir gar nicht allerdings wie oft ich mich verklicke werdest du katastrophen das kannst du weißt ja was ja kannst du mir die taste alt und viel nein ich drücke nicht alt und viel was ich sagen wollte es gibt weißt überhaupt wie hinlaufen ja du war du weißt ja auch beim einfach dass ich ja meine komplette steuerung bei fast jedem spiel immer komplett anders der stelle wie das spiel ist das standard spiel ist bedeutet wenn du bei mir irgendein spiel spielt würdest du dir denken was für eine steuerung habe ich da ja ich muss das immer bei dir umstellen obwohl du es auf standard hast kannst du dir auch normal lassen normal sein ich ich normal was da war das nur jetzt von mir zu finden ich glaube ich habe noch meckens blut auf mein schwert obwohl ich habe nicht mit ihr auf ich habe ja nicht mehr ein schwert aufbauen sondern nur mit morgen weißt du noch dann ist es vom baby wie sich das anhört geld ja wo wir gekämpft wo ich gesagt habe so ja sie ist tot wie ich erschrocken bin ich war so geschockt und hatte so viel angst dass ich noch nicht mal schreien konnte so viel angst und so viel gänsehaut hatte ich noch nie und dann kommst du noch sie ist tot ich dachte so gott sei dank alles geschafft und dann macht sie wieder auf du dumm beutel wo wurde dann so gesagt dass sie ist tot dachte ich mir so ich warte mal kurz ich bin noch ein bisschen weiter weg und warte erstmal bis er hin rennt zwei zweiten was ja da müssen wir noch ein paar tage worten im spiel bleiben einfach immer es wird jetzt ja ein paar zeit für die forest für dieses projekt hier bedeutet es könnten noch ein paar 100 folgen werden weißt du hast du eigentlich in wirklichen plan wo wir hinlaufen ich möchte erst mal so ziemlich items besorgen bis wir halt wirklich die base komplett einrichten ich schalte es aber bald wieder an das war witziger von den schaden bekommen ich habe es wieder links da gibt es doch ja aber ja sicher so dass heißen ich hatte immer eine ahnung was hast du ausgesagt nicht hören soll was daran erinnere ich mich nicht das sind freunde das sind zwei frauen der zwei frauen an sich soweit ich weiß macht es die männlichen kleider aggressiver wenn man die frauen tötet das schafft kann ich romegäle ich bin mir nicht sicher ich erinnere es raus guck mal sie atmet noch leute sie fleht ja digga der typen vorher ist weg den muss ich nicht holen was ich tue immer frei wer kommt mir lebt ihr immer noch mir komm mir bist du tot ich weiß nicht warum aber irgendwie ich finde dass dieses kleine machete irgendwie geiler als das ehrlich ja weil in der machete bist du schneller glaube ich das siehst du ja nicht warte mal die machete ist ja die ist schneller weil die auch kleiner verstehst du mich halt müsste doch eigentlich nur schneller sein weil ich glaube eigentlich sind die beiden gleich aber die machete warte mal warte mal das ist katana das ist das das kapital finde ich aber irgendwie persönlich besser weil da hat man mehr reichweite da kann man mehr auf einmal töten ich sage auch noch meine meinung oder ja willst du noch einen erfolg haben du hast du gemessen mit einer in der acht scharfen das passt nicht ja aber ich sag dir ins es ist tausendmal gechillter wie gestern um zwei Uhr nachts da rumzulaufen gestern war ja alles doppelt und dreifach so gruselig wie sonst ja dann müssen wir einfach mal den boss hier boah ich sag mal so für die zuschauer was interessanter jetzt werde ich gefragt ob ich die einrast funktion aktivieren möchte nein möchte ich nicht aus ich auch weißt du ich habe damals immer bei einem server bin ich mal acht stunden gerade ausgelaufen und zwar wirklich ununterbrochen und ständig kam dieses einrast funktion das hat mich so abgenervt ja als ich verbrügel keine panker mit händen schläger oder der tennisschläger ist irgendwie geil aber ist mehr im spielzeug wie eine richtige waffe ich habe ein bisschen bei mir wie viele häuser bei uns da stehen auf der karte ich hasse sowas die ganze karte vor das sind sowas ja der tennisschläger ist eigentlich heiß der ist schaden unschwach aber kann nur gut blocken und ist das keiner mit dem das gebrochen hat irgendwie möchte ich nach diesem projekt in vielleicht ein paar jahren nochmal bevor es spielen und mal gucken wie wir uns da verbessert haben wir müssten es eigentlich in paar jahren so auf Hardcore ganz schwer auf die schwierigste Stufe bringen einfach so irgendwie hätte ich da uhr bock drauf irgendwann eine frage sind wir echt blöd ich kämpfe grad mir liegt bei dem Grab dann noch das Bild ja das habe ich schon aufgesammelt letztens ok bei mir ist das gerade noch gelegene warte komm mal mit äh ja du weißt schon ja 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 ich habe komplett vergessen dass man erst dort hin muss ja ich hab das nicht vergessen deswegen aber lass mich öffnen weil ich dann die animation zeigen kann ja auch ein erfolg wenn wir in der jacht pennen so ist es einfach nur der lud wird ja nach jedem neustadt versettet das ist eigentlich so krass wenn man es genau nimmt man kann einfach rein und wieder raus und dann alles doppelt und reif ich gehe ich schlafe ich kann nicht schlafen ist noch nicht voll gefällt über die hälfte warte ich sehe da ein foto ok leute seid ihr bereit ja so leute wir haben es wir haben endlich mal ein richtiges bett zum schlafen ja das hier sieht cooler aus kann man ja auch machen hier rein weiß warum hier kassette ja da geht ja der rote mund warte mal ich habe eine kassette bekommen das war mit der aktuelle rein kann ich die kassetten hier oben eigentlich auch irgendwie kassettenspieler ach so ich zeig mal alle kassetten ok würde ich jetzt nicht machen warte mal warte von sich ab ach so du willst warten bis wir alle haben lass es lass es ok das ist musik deswegen lass es lieber copywatt kann ich jetzt nicht weiß ich jetzt nicht aber wir können es ja mal in einer folge machen irgendwann können wir alle haben ich sie da war schon krank aus gell die jacht ich weiß wo wir rein müssen da wo wir gestern rausgekommen sind ist jetzt nicht ernst doch dann müssen wir durch wir müssen jetzt wieder zum kompletten schneegebiet weil weißt du wo was krank muss kehren müssen haben sie mir da raus ah ich erinnere mich ich erinnere mich dann müssen wir jetzt wieder auf den anderen weg gehen deswegen ja wir hätten hier eh gemüsst wegen wegen dem item gut dann würde ich sagen ich beend es jetzt und du gehen in deiner folge dahin okay damit würde ich sagen das war es bis zum nächsten mal und ciao er singt ab ciao Leute